So, jetzt machen wir am Sonntag ein kleines Brust-Schulter-Trizep-Training. Das geht bei mir ganz schnell, weil der Fokus liegt natürlich auf Griffkraft. Ich mache mit meiner knapp 40 Kilo schweren Kugelhantel einen Satz und versuche da zwischen 40 und 50 Wiederholungen zu schaffen. Danach mache ich Schulterdrücken über Kopf mit 25 Kilo und versuche da auch so 30 Wiederholungen oder 40, keine Ahnung und danach ein bisschen Trizep drücken, aber natürlich alles mit Pause. Und dann habe ich insgesamt so 150 Wiederholungen, dann bin ich auch schon ziemlich satt. Gut, fangen wir an mit Schrägbank. 30 40 40 40 50 Jawohl! Hu! Oh, Mamamia! Kein schweres Gewicht, aber fängt so bei 30 Wiederholungen an gut zu jucken in der Muskulatur. Jetzt ein bisschen Pause. Und dann Schulter. Jetzt mit Schulter. Auch ein leichtes Gewicht nur, 25 Kilo. Auch nur ein Satz. 1 1 2 1 4,1, Drücken 1,2,1, Drücken Ja das Brust-Schleppendrücken hat viel Kraft gekostet gut wie gesagt das ist auch nur ein bisschen zum fit halten hier geht es nicht darum riesen gewichte zu bewegen sondern einfach fit zu bleiben und nach der arnots classic in zwei wochen werde ich auch ein bisschen schwerer wieder trainieren aber nur ein bisschen und das wird schon die hohen wiederholungszahlen werden schon bleiben also mindestens um 20 30 wiederholung gut ein bisschen pause einsatz 1 1 2 3 1 2 3 6 7 8 8 9 10 10 10 10 12 15 15 16 20 20